So, my friends, Auftrag erledigt. Hotel! Tja. Ja, wie ist die Entscheidung? Wir haben noch zwei Punkte. Jetzt ist es schon fertig. Okay, gut, gut, gut. Dann, bitte, ich bin zu Edens und ich bin zu Edens. Ich habe mir mehrere Schleifern in Edens, aber ich habe eine sehr guter Bezeichnung, genauer, ein sehr schönes Zeug. Ich und Rüiju, ich habe auch noch eine Nachfrage zu dem Zaxon. So, ich werde ein paar Schleifern für die Schleifern, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe Nachrichten gekriegt DigiLine Gitose meint, du weißt, wie man Fälle von der Anschlagtafel annimmt Du kannst jetzt auch externe Fälle nehmen, schau an der Tafel vorbei Du kommst vom PC aus zum Haupteingang von Eden Lock dich ein und leg los Dankeschön So Haben wir neue Fälle? Nein Eden Eingang Der Haupteingang zu Eden, ein öffentlicher Ort, der von den meisten Nutzern von Eden besucht hat Ich sehe Erika nirgends, sie hätte vor mir hier sein sollen Ich kann sie nicht erreichen, anscheinend stimmt wieder etwas mit meinem Signal nicht Vielleicht wartet sie woanders, ich sollte mich lieber umsehen Du weißt, dass du dich für ein unglückliches Mädchen Ich gehe auf die Bank, dann die Post, dann ins Kino, in Eden ist alles so praktisch Ein Mädchen? Keine Ahnung Ich habe keine Zeit Da Ich habe einen Job in Eden bekommen Ich fange heute an, ich bin so aufgeregt Du suchst jemanden? Ich habe hier niemanden gesehen Hast du es schon woanders probiert? Zum freien Bereich Ich glaube der war doch nicht so gut besucht Stufe 4 Gibt es hier eigentlich auch Mr. Wie? Ich sehe Erika nirgends Was zum Teufel? Eieieiei Ich habe eine sehr gute Frage Ich weiß nicht, dass ich das nicht verstehe. Ähm, ich mache das, was ich gesagt habe... Ich will nur sagen, aber... Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstehe, was ich weiß? Hast du das Gefühl, dass du das Gefühl hast? Ich hab' den Kopf gesehen. Ich hab' das Gefühl, ich wusste nicht, dass ich es nicht wusste. Malureya ist, dass ich in den Proglammen mit einem eigenen Virus-Programm gemacht habe. Mhm. Ich sage es nicht, aber... Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich liebe diesen Gesichtsausdruck. Wenn du die Gespräche mit dem Programm erzählst, dann wäre es so schön. Ja, es wäre so schön. 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 Du möchtest? Du möchtest Eden? Hm... Genau. Dann starte ich das. Okay. Cool. Okay, das ist auf jeden Fall neu. Puffmon. Die bei Kamishiro sind ein Haufen nutzlose Wichtigtuer. Deren Konten sind gut gesichert. Also sind ihnen Beschwerden von gemeinem Volk egal. Ich wünsche die Hacker würden denen mal die Konten stehlen. Tja, theoretisch sind die Hacker da. Wir gucken noch mal am besten alles nach. Bevor wir hier weg gehen und dann ist hier noch was. Nein, hier ist nichts. Es wäre cool, wenn ein Kowloon jetzt mal freigeschaltet wird. Ich bin hier die ganze Zeit nur rum am Rennen. Ja, jetzt bin ich froh, wenn ich schweizze Tiere nicht. Oh, ich bin hier. Okay, das alles meine Sebastian hat, nicht? Ich bin da gut. Ich bin hier zu, wenn dieses Mädchen hat. Ich bin da gut. Okay, du kannst dinge in diesen Korn. Ich bin da gut. Blubblub Blubblub Es geht weiter, aber du hast einen Legemon, nicht wahr? Dann bitte zum Luftgewehr. Ich habe keine Legemon. Was? Dass auch Legemon nicht aufhackt? Das ist gar nicht so gut. Wenn ich mich, dass ich, wer die Degemon oder Degemon-Capture gemacht habe, das ist gar nicht so gut. Es ist gar nicht so gut, dass du, was du machst. Ich mache mir selbst die Programme. Ich liebe diese Art. Ich mag das, was ich für dich selbst mache. Es gibt auch Leute, aber die Hacker von einem Jahrzehnten waren alle so. Ich habe gesehen, dass ich die Legemon-Capture habe. Jetzt ist es so, dass ich die Legemon-Battle habe. Ich habe auch die Legemon-Battle, aber... Ah, das... Ich habe keine Battles gemacht, oder? Es ist nicht notwendig, Mann. Das ist der Arbeit von deinem Mann. Und du bist der neuen Mann. Du bist der neue Feuerwehr von deinem Team. Das war dein Mann. Ich habe gesagt, dass ich meine Mutter gesagt habe. Ich bin ein Kanonenfutter. Es ist egal. Ich wollte meine Arbeit sagen. Wenn du weißt, dann gehst du schnell weg. auf in den gemeinschaftsbereich nummer zwei ja die hört man dieser tage oft da hier ist ein falsches Error, das ist ein falsches Error. Hier ist ein falsches Error. Das ist ein falsches Error, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich wollte etwas sagen. Ich habe keine Verschlingung bekommen, aber ich habe keinen Verschlinger. Du bist in diesem Bereich, und ich möchte mich wissen, was du gesehen hast. Wenn du etwas wunderschönes Mal gesehen hast, dann gibt es einen Begriff der Begriff. Cyberspace mit der lila Mähne in Kowloon getroffen und ihre Zukunft weissagen lassen. Das ist sicher alles schmuck. Aber wenn es doch so jemanden gibt, würde ich ihn gerne treffen. Diese Prophezeiungen sollen ziemlich genau sein. Aha. Lila Hexe, ja? Du fragst mich, ob hier komische Sachen passieren? Naja, in Kowloon ist immer was los. Ich habe gehört, dass jemand in Kowloon eine Katze gesehen hat, die im Cyberspace gar nicht existieren dürfte. Stimmt es, dass Kamishiro Tierversuche im Cyberspace durchführt? Oder war das eher ein Digimon, das für einen Tiger gehalten wurde? Okay, wir kommen der Sache auf jeden Fall schon näher. Ich dachte, ich hätte den Geist eines bleichen Jungen gesehen. Aber es war ein bleiches Mädchen. Was ist hier los? Wir sind im Cyberspace. Ich habe gehört, dass es in Kowloon einen geheimen Raum gibt und Leute plötzlich verschwinden. So eine Art Eden-Dreieck. Vielleicht bin ich verschwunden und wurde in eine andere Dimension gebracht. Eine lustige Vorstellung. Ich habe gehört, dass es in Kowloon ein Teil von Kowloon ist. Es gibt auch eine lustige Oculto-Fähigkeiten, aber diese drei sind in Kowloon und in Kowloon beobachtet. Auf nach Kalun! ... diese Frau. Aber... Es dauert die Grundsache. Ich habe hier angeboten, aber... ... wenn ihr den gleichen Verhandlungen herumlobt... ... superstar ist die anderen Welten. jetzt wird gekämpft ja ja ach du scheiße guckt euch das mal bitte an diese miniaturversion das so ein witz mir ein kogger wasser dann hat ging das konzert mann mit ein dackel und ich bin wirklich ich bin nicht kurz hin und wieder mal nicht gucke aber safety first in den letzten wie gesagt es ist immer noch grau draußen das regnet zwar jetzt gerade nicht aber mit den kopfhörern höre ich auch nicht so gut was draußen abgeht deshalb gucke ich hier nur wieder mal gerne hinter mich auf geht's ab geht's wir sind wieder hier wie da war doch gerade eine katze wo ist sie denn hin nicht unter dem reifen hier ist die katze wohl nicht ich sollte die katze hören wenn sie hier ist aber es fehlt jede spur keine spur von der katze um diesen block aha da drüben wo ganz komisch du wirst doch noch verarscht die wollen doch gleich dass ich in eden reingehe ja dann tun wir den noch mal den gefallen oder die mit ihrem wahl ja 待って今リンクをつなぐ dennこんなの こんなのありえない こんな膨大な処理一つのサーバで回し切れるわけがない ログの痕跡もリアルタイムで暗号化されてる 通常のアクセスさはじかれる Dann... Ich habe dich getrunken. Komm schon. Ich bin überraschend. Wer ist hierher gekommen, dass du hierher gekommen bist? Was ist dein Geist? Das ist dein Geist der Geist? Oder... Okay, aber ich kann nicht antworten. Du hast schon schon geholfen. Das ist sicherlich eine Sache. Brillenschönheit! Alles klar, du hast dich hier kennengelernt. Herzlich willkommen, DigiLab. Digital Monster Laboratory. Im Namen DigiLab. Hier ist die DegiMond-Werld der DegiMond. Ich habe mich über die DegiMond. Ich habe mich nicht unbedingt in der Digital-Werld. Ich werde mich immer noch wissen. Ich bin Mikagura Mirre. Ja, genau. Ich bin ein Kanzler-Kanzler. Ich habe mich über die ganze Zeit verabschiedet, aber... Ich habe mich selbst驚igt. Na gut, ich werde darüber sprechen. Ich werde erst einmal erzählen, was hier ist. Nein, keine Ahnung. Das ist hier. Schau dir die Terminals im Raum an, ich werde alles erklären.